Hey Leute, hier im 212. Part von Let's Play Mass Effect Andromeda scannen wir das letzte ungescannte System hier in Helios und dann suchen wir ganz geschwind nach Meridian und dem Weg nach Hause, in dem wir die Hauptmission hier vorantreiben. Das ist eines der abgelegensten Systeme des Clusters. Wir sind am äußeren Rand. Aufregend, nicht wahr? Ja, und sowas von. Am äußeren Rand. Anomalie auf den Sensoren. Sonde gestalten. Das hier ist einer der ausgewählten Nachpunkte zur Datenerfassung. Wir sollten eine Sonde absetzen. Okay, ich dachte zwar, wir hätten schon alles gescannt, aber das machen wir dann auch noch zur Sicherheit. Und dann werden wir mit der Crew sprechen, wie es Meridian-technisch weitergeht. Hier ist nix. Auch nix. Okay, dass hier nichts ist auf diesem Felsbrocken, wenn man es so genau anschaut, versteht man. Ja, das wusste ich doch. Blutende Rubine. Auch ein schöner Name für einen grünen Planeten. Erblutender Smaragd. Es sei denn, er blutet grün. Anomalie auf den Sensoren. Alles klar, Sui. Wo bist du, Anomalie? Da könnte sie sein. Sonde gestartet. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Beryllium. A329. Hier ist nix. Dann das hier. Auch nix. Und wir platzieren jetzt noch eine Sonde, wenn Kello meint. Wir sind jetzt an einem geeigneten NAV-Punkt, um Daten der Geißel zu erfassen. 270 Erfahrungspunkte. Gut, Leute. Dann würde ich aber sagen, begeben wir uns zum Crew-Meeting. Was ist denn das für eine Konsole? Die habe ich ja noch nie gesehen oder benutzt. Die habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Okay. Berechne Reliktschiff-Dynamik. Sam? Erstelle Vorhersage-Modell. Zwischen der Reliktstadt, Meridian, und der Erklärung, wie die Geißel da reinpasst. Mit Verlaub, das ist alles echt kranke Scheiße. Sind das gute Nachrichten? Haben wir Meridian oder nicht? Sind das gute Nachrichten? Ziemlich viel los hier oben. Habe ich bekommen, was wir gebraucht haben? Sie haben in der Tat etwas bekommen. Den Schlüssel zu allem. Hier drin. Die Mutter aller Navigationshilfen. Bringen Sie das zurück zur Reliktstadt. Finden Sie ein Override und Ihre Schiffe werden denselben Vektor fliegen wie Meridian. Inklusive Korrekturen wegen der Geißel. Sie erhalten die exakte Position. Das Herz des Gewölbenetzwerks. Wir können es schaffen. Okay, Leute. Zur Reliktstadt im Civic-Syvki-System zurückkehren. Nur das machen wir dann auch mal gleich. Der Nexus hat mir keine Rücksprache. Würde viel zu lange dauern. Wer weiß, ob der Archon nicht uns schon... ...ein Schritt voraus ist. Zivki. Zivki hier unten. Gar nicht mal so weit weg. Los geht's. Und Kitasira, genau. Es fühlt sich anders an, jetzt wieder hierher zurückzukommen. Wir sind jetzt anders. Wir sind bereit. Sam hat einen möglichen Override für die Relikt-Schiff-Steuerung markiert. Einen Turm mit einem unabhängigen Energienetz. Er könnte eine der Steuerungen sein, mit denen Meridian verlegt wurde. Und eine Möglichkeit, es wiederzufinden. Okay, Leute. Undock-Bucht. Hm. Muss ich mir überlegen, wen ich mitnehme. Ach ja, Leute. Ich habe offscreen mal in dem Forschungslabor auch nachgeguckt. Und habe unsere Predator von 1 auf Stufe 7 entwickelt. Und die Avenger genauso. Also deswegen haben wir jetzt ein bisschen bessere Kanönchen dabei. So, und hier nehme ich neben... Ähm... Neben Korra... An Nummer 1. Wen nehme ich hier an Nummer 2 mit? Ach, nachdem wir das letzte Mal mit dem Drag hier waren, nehmen wir wieder den Drag mit. Ich finde ihn einfach gut. Er hat einfach einen schönen Humor. Los geht's, Leute. Es sieht alles gut aus, Pathfinder. Finden Sie den Override, setzen Sie diese Hardware ein und die Relikte werden denselben Vektor fliegen wie Meridian. Und vielleicht haben wir ja ausnahmsweise mal Glück. Bereit? Hm. Äh, so einfach wie das bei Suvi klingt, würde ich sagen, sehr bereit sogar. Äh, es ist ein bisschen überwältigend. Mehr als bereit. Ja. Unsere Zeit ist gekommen. Alles, was wir geleistet haben, hat uns hierher geführt. Tempest, wir gehen rein. Oh, Leute. Bisher ist alles ruhig, aber irgendwas hat sich verändert. Die Orbital-Scans haben ein autarkes Energienetz innerhalb des Turms entdeckt. Und das heißt? Die Verteidigungssysteme sind möglicherweise nicht auf unserer Seite. 145 Meter bis zur mutmaßlichen Override-Steuerung. Durch die Tür. Seien Sie wachsam. Mutmaßlich? Ja. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn es so einfach gewesen wäre. Ich, ehrlich gesagt, hatte gedacht, hier wären die Cat-Hits mittlerweile. Nein, das sind wohl Relikte. Mhm. Ah, ich habe gar keine Karte von hier. Obwohl ich schon mal hier war. Haben die alles wieder repariert, kann das... Relikte. Und Sie sehen nicht freundlich aus. Alles klar. Da kommen noch mehr. Sie wollen diesen Ort um jeden Preis verteidigen. Ihr Widerstand wird schwächer. Weiter so. Wir müssen ganz... ... uns in der Nähe der Steuerung sein. Gehen wir weiter. Ja, 145 Meter sind jetzt ja auch nicht so weit. Aber ich habe das Gefühl, da werden wir uns noch einige Überraschungen erwarten. Eine letzte Reliktür. Die Steuerung liegt direkt vor Ihnen. Die Daten deuten auf mehrere Startbuchten sowie mögliche Informationen zur Verwendung von Meridian hin. Wurde ja auch verdammt nochmals Zeit. Das war bisher viel zu... Wir sind endlich am Ziel. Wir müssen nur den Override aktivieren, dann zeigen uns die Relikte den Weg. Sorry, aber das war jetzt irgendwie viel zu einfach, lieber Scott. Sam, ist alles bereit? Relevante Daten für Upload bereit. Okay, dann... ... wollen wir mal. Die Relikt-Schiffe sind gestartet. Sie folgen dem Override-Lektor. Die Geißel bewegt sich, aber sie kommen durch zu... ... was auch immer. Meridian Parkweiter. Echt? Der komische Planet da. Er ist hohl. Eine Dyson-Sphäre, so groß wie ein Mond. Eine autarke Sargbild das Herz des Gewöhnennetzwerks. Wird sie reaktiviert, beeinflusst das alle verbundene Planeten. Sie kann Helios zu einer Heimat machen. Oh, Leute, eine Dyson-Sphäre. Das ist ein spannendes Konzept. Äh, die Trekkies unter euch werden die wahrscheinlich kennen. Gute Pläne zahlen sich aus. Das ist ein gewaltiger Sieg. Natürlich hatten wir Erfolg. Wir haben es gemeinsam geschafft. Auf diesen Tag hat jeder von uns hingearbeitet, seit wir unsere Galaxie verlassen haben. Meinen Glückwunsch, Farfweiner. Welch großer Tag für uns alle. Sam, Sam, was geht da vor sich? Ich hatte dich für einen würdigen Rival gehalten, aber du bist eine Fälschung. Eine Lüge. Als ich erkannte, was dich zu etwas Besonderes machte, deine Verbindung, wusste ich, wie und wann ich sie dir nehmen würde. Ich habe zugelassen, dass du Meridian findest. Und jetzt werde ich deinen Sam benutzen, um es zu einer Waffe zu machen. Ganz Helios wird aufsteigen. Oder eure Welten werden eine nach der anderen sterben. Angefangen mit Eos. Alles, was ich brauche, ist ein Implantat wie deines. Und dank deiner Erinnerungen weiß ich, wer noch eines besitzt. Ein weiterer Grund, die Hyperion zu kabern. Stürze in die Finsternis, Farfweiner. Du warst ein nahe würdig. In die Krankenstation. Dort sind sie sicher. Was geht hier vor? Wüsste ich auch gern. Hallo, Sarah. Sam? Wie kommst du? Was ist da draußen los? Sie töten die Leute. Kat rücken durchkämmen das Schiff. Sie suchen nach ihnen. Sarah, der Pathfinder braucht ihre Hilfe. Das ist verrückt. Er hat Meridian doch fast. Der Archon hat meine Verbindung zum Implantat ihres Bruders unterbrochen. Wird sie nicht manuell wiederhergestellt, stirbt er. Was? Sarah, bitte. Holen Sie sich an die Pro-Ka-4 eine Waffe. Oh, Leute, wir sind jetzt Sarah. Worum geht es hier, Sam? Was weißt du? Der Archon hat es nicht auf die Hyperion abgesehen. Er will sie und mich. Sie haben das gleiche Implantat wie der Pathfinder. Das lasse ich nicht. Er wird uns benutzen, um Meridian zu kontrollieren. Und ihr Bruder wird sterben. Der Archon wird ihn töten? Nein. Mich zu verlieren wird ihn umbringen. Was? Sam? Vor ihnen sind Feinde, Sarah. Machen Sie sich bereit. Okay. Wir schauen aber als erstes mal auf das Terminal. Oh, Leute, viel zu lesen. Aufzeichnung nominal. Loktechniker P. Turnball. Ergeben Ereignis. Typischer Drift im Energieniveau beim letzten Andocken. Okay. Okay. Eine leichte Fluktuation. Ursache, Instrumentenversagen. Austausch des Clusters am nächsten Blur. Zur Hölle. Explosionen. Wir driften ab. Ketteindringlinge gemeldet. Oh, okay. Ich lese das jetzt alles nicht vor. Wir besorgen uns eine Waffe. In der Situation würde ich jetzt nicht anfangen, alles durchzulesen. Aufheben. Okay. Es tut mir leid, dass ich Ihnen im Kampf nicht helfen kann. Ich habe zu viele Funktionen des Implantats Ihres Bruders übernommen. Mich zu verlieren, wird ihn töten. Als die Kommunikation ausgefallen ist, ist also auch er zusammengebrochen? Beeilen Sie sich, Sarah. Okay. Ah, hier ist jemand. Munition. Ja, wir sind Sarah-Leute. Unglaublich. Äh, hätte ich nicht gedacht, dass die doch noch eine große Rolle spielt? Sarah, erschießen Sie sie! Sarah! Sam sagte, Sie wollen sich zum Funk-Override durchkämpfen? Das können Sie nicht! Ich weiß. Sam ist vollkommen verrückt geworden. Nein, was ich meinte ist, nehmen Sie den Wartungszugang. Wenn der Pathfinder in Schwierigkeiten steckt, müssen wir alles in unserer Macht Stehenden tun, um ihm zu helfen. Gehen Sie weiter, Sarah. Wir verbarrikadieren uns ab Wartungszugang. Alles klar. Äh, Momentchen, mich würde mal interessieren Fähigkeiten. Ah, kann ich nicht. Ich dachte vielleicht gerade, sieht man jetzt Sarah? Ah. Bist du Captain Dunn? Ja, du bist Captain Dunn. Okay. Initiativiere. Ich finde einfach keinen ruhigen Ort. Die Ketten sind überall. Wir kommen. Wow, Leute. Es geht um... Haltet Sie auf! Sarah muss diesen Wartungszugang erreichen. Das halten Sie nicht lange durch dann. Dann beeilen Sie sich besser. Sehen Sie zu, dass Sie zum QVK kommen. Wir geben Ihnen Deckung. Laufen Sie zum Zugangstunnel. Verdammt noch mal, jetzt gehen Sie schon. Wohin muss ich? Na los. Sie müssen in den Zugangstunnel. Wir werden Sie aufhalten. Verdammt noch mal, jetzt gehen Sie schon. Wo ist denn dieser Verpflicht... Ah, hier ist der Zugangstunnel. Verzeihung. Na los. Sie müssen in den Zugangstunnel. Wir werden Sie auf... Sam, dann wird nicht lange durchhalten. Wie sieht der Plan aus? Sie müssen ein Webo-Signal senden. Es wird das Implantat Ihres Bruders rekonfigurieren. Wie ein Werksreset? Ja, um die Funktionen wiederherzustellen, die ich niemals hätte übernehmen dürfen. Wenn wir Glück haben, hat sein Herz noch nicht aufgerührt zu schlagen. Wenn wir Glück haben? Heißt das, du verlässt dich auf eine vage Hoffnung? Ich bin mir nicht sicher. Okay, Sam. Wir müssen es riskieren. QVK-Relais. Neustart. Okay, da wären wir. Ein einziger Impuls, Sarah. Das ist alles, was der Pathfinder braucht. Und er wird vermutlich den Archeon alarmieren. Dann weiß er, wo ich bin. Es tut mir leid. Mir auch, Sam. Mir auch. Nair Churis! Tempest, der Pathfinder ist zusammengebrochen. Bitte komm! Ryder, sie waren tot. Die Hyperion ist offline, genauso wie Sam. Wir müssen wieder zurück. Moment mal, Sam ist... Das hier ist eine Reliktür. Ohne Sam können sie nicht das Geringste tun. Wir müssen zurück. Okay. Vielleicht haben wir schon so oft Reliktüren geöffnet, dass das dann mittlerweile von selber kann. Hören Sie auf. Das schadet Ihnen nur. Wir finden einen anderen Weg. Wir müssen zurück. Keine Zeit für eine Alternative. Sie bewegt sich. Ihre Vitalwärtsspielen verrückt. Ist das eine gute Idee? Ich kann es schaffen. Das ist die einzige Idee, die wir haben, Drag. Ich fasse es nicht. Geht? Geht es Ihnen gut? Wir müssen zur Tempest. Beeilung! Okay. Äh, Beeilung sieht aber anders aus. Jetzt aber... Versuchen Sie es jetzt mal. Pathfinder. Oh, bitte komm! Wir hören Sie, Tempest! Ich hab ihn. Ich hab... Hey! Pathfinder. Die Cat haben die Kommunikation lahmgelegt und die Hyperion gekapert. Ich weiß. Der Arschhorn hat das geplant, seit wir auf seinem Flaggschiff waren. Er hat mich benutzt. Sagen Sie Lexi, sie soll sich bereithalten. Ryder braucht eine Behandlung gegen... irgendwas. Scheiße! Scheiße! Okay, Leute. Und mit diesen weisen Worten von Sui sage ich bis zum nächsten Part von Let's Play Mass Effect Andromeda. Auch wenn das jetzt hier natürlich ein fieses Cliffhanger ist. Aber ich brauche auch nochmal eine emotionale Pause und ich bin gespannt, wie wir die Hyperion im nächsten Part retten wollen. Also bis dahin, Leute. Ciao!